Äh, klingt super. Dann bis heute Abend. Wunderbar. Was hab ich mir denn da eingebrockt? Wie soll ich das alles schaffen? Cäsar wird denken, dass ich überfordert bin und Wilhelm wird so enttäuscht von mir sein und... Arme Angelina. Ich weiß, dass sie unsere Hilfe nicht will, aber sie wird dadurch so viel Zeit sparen. Siehst du, der Raub bringt die Bienen dazu, sich zu verstecken. Und dann können wir den Honig ganz einfach abernten. Eine Sache weniger, um die Angelina sich kümmern muss. Das stimmt was nicht! Weck mit euch! Geh ins Haus, schnell! Geht's dir gut? Es tut mir leid, Angelina. Aber wenn du uns einfach erklären würdest, was wir machen müssen, wären wir ein tolles Team. Ach, Sebastian. Du hast recht. Ich muss endlich lernen, Hilfe von anderen zu akzeptieren. Wir halten zusammen. Super! Auf! Ab hier übernehme ich. Wirklich? Ja, du hast es verdient. Ohne dich hätte ich das niemals alles geschafft. Danke, Angelina. Belle, Zeit für ein Nickerchen. Beeilt euch, Mädels. In einer Stunde kommt der liebe Dr. Wilhelm zum Abendessen. Ja, und morgen erzähle ich euch ganz genau, wie es war versprochen. Hä? Oh nein, das Essen. Oh. Das Fenster. Nein. Komm mit mir. Oh-oh. Ich habe vergessen, das Scheunentor zu verriegeln. Wir machen das schon. Schnucki, Flacke, los. Geil, treibt sie rein. Los jetzt, Zeit für den Stall. Oh, ich muss das Abendessen mit Dr. Wilhelm absagen. Ach, Quatsch. Wir bringen das in Ordnung, bevor ihr herkommt. Vergiss es, Sebastian. Das ist unmöglich. Sieh doch nur. Die Zeit reicht niemals. Unmöglich? Das Wort kenne ich nicht. Belle kann Wilhelm aufhalten. Sie ist eine begnadete Schauspielerin. Währenddessen räume ich hier auf und kümmere mich ums Essen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.